Komm schon, Woldi, jetzt klappt's aber. Jawohl. Schön abseilen. Und weiter geht's. Ganz ehrlich sagen, also die düstere Gegend hier, die macht mir schon auch etwas zu schaffen. Also nicht nur Woldi, der hier friert und etwas traurig gestimmt ist. Das stimmt also auch mich etwas nach, denke ich. Vor allem, wenn ich hier sehe und ich merke jetzt wieder, dass das wahrscheinlich Sprengladungen sind. Ähm, ja. Einfach hier im Boden dringelassen. Das, äh, ja. Oh, das war aber ein geiler Move. Das, äh, war jetzt nicht so schlecht. Das, äh, macht mir schon ein bisschen zu schaffen hier. Hoi! Was für ein geiler Sprengladung. Oh, da hätten wir aber hochkommen müssen. Was? Oh, komm, Woldi. Nee. Na komm schon. Da können wir jetzt schon noch hoch. Dieses Geheimnis, also wenn es dann schon so da liegt, das nehmen wir dann schon mit. Kommen wir aber auch wieder zurück. Jawohl, natürlich. Wir können uns ja hochziehen. Alles klar. Und Woldi, wieder ein Geheimnis gefunden. Jetzt einfach schön aufpassen. Oh, hier kommt wieder etwas angerollt. Da kommt doch bestimmt noch mehr. Oh! Schön in Deckung gehen. Was haben wir denn hier im Hintergrund? Was ist das denn? Oh, hier haben wir wieder Strom. Halt. Ich habe mir angeeignet, immer schön der Reihe vor, der Reihe nach zu befestigen. Och, komm schon. Heute ist die Steuerung aber wieder extrem schwierig. Und hoch geht's. Los. Oh. Jawohl. Wo kommen wir denn hier rein? Irgendeine Baracke oder sowas. Jawohl. Und was ist das denn da am Boden? Kakerlaken? Oh Gott, Freunde. Oh. Diese Lampe, die können wir ja auch so bewegen. Oh, oh. Ja, ja. Oh. Woldi, was ist denn? Wieso lässt er einfach los? Mensch, Woldi. Na, komm. Hochziehen. Jawohl. Puh. Diese scheiß Kakerlaken hier. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir müssen hier auf den Stuhl. Nein. Den müssen wir doch bestimmt noch rüberziehen. Oh. Da komm ich doch nicht rüber. Doch, komm ich. Und was haben wir hier? Oh, die Lampe. Ja, das hilft uns. Da verschwinden dann die Kakerlaken auch. Okay. Ja. Weg sind sie. Und damit kann ich da runter? Oder was? Oder wie sieht das aus? Oh. Ja, sobald wir in der Dunkelheit sind, ist es dann wieder vorbei mit Lustig. Okay, und was bringt mir denn das? Muss ich hier irgendetwas... Hm. Da drüben sind sie dann schon wieder. wieder hoch da. Komm. Hm. Wie geht denn das weiter jetzt? Hm. Mal sehen. Komme ich da rüber, oder? Sobald ich Licht mache, sind sie natürlich wieder weg. Das ist klar. Aber da komme ich doch niemals rüber. Oh, 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 oh. Nein, da komme ich nicht rüber. Also. Hm. Das da hinten ist ein Stromschalter. Kann ich denn hier... ...diese Lampe anmachen? Das wäre jetzt geil, wenn hier... ...die Lampe so weitergehen würde. Weiterziehen würde. Aber nein, da muss ich schon so rüber gehen. Kann ich hier... ...nein. Oh. Ich frage mich halt, wenn ich hier loslasse... ...kann ich da drüben den Schalter betätigen? Hier? Oh ja. Oh ja. Das hat funktioniert. Cool. Das heißt, ich kann hier auch... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da hinten sind sie... Schaut euch das an, wie sie da unter den Möbel... ...und sie warten nur, bis wir kommen. Hier den Stuhl vorrücken. Jetzt ist aber fertig Licht. Okay. Also. So, müssen wir oben rum. Jawohl. Licht machen und runter das Ding. Jawohl. Oh, oh. Nein, nicht die Lampe. Komm. Woll, geh hier vorbei. Ja, komm schon. Ich möchte den Stuhl hier hinziehen. Jawohl. Komm, geh hoch da. Ja. Und den Stuhl hier rüberschieben. Jawohl. So sollte es klappen, glaube ich. Jetzt können wir doch hier auf den Stuhl hochgehen. Oh. Na komm. Na komm. Geh hoch da. Komm schon, Wolli. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Was ist denn bloß los mit diesem Spiel? Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Geh doch jetzt da hoch. Na komm. Mensch, Wolli. Was ist denn jetzt los? Okay, ich geh da mal hoch. Jetzt sind wir eins weiter. Oh, jawohl. Rain Man spielt Battlefield 1. Alles klar. Hier das Buch schmeißen wir runter. Yep. Und damit können wir hier oben Licht machen. Oh, hier hinten an der Wande auch schon die Viecher. Oh mein Gott. Boah. Na komm. Öffnen das Ding. Ach so. Wir müssen wahrscheinlich hier erst hier oben rum befestigen. Wie kommen wir hier hoch? Komm. Hoch da. Drehen und springen. Jawohl. Okay. Was haben wir hier? Befestigen. Jawohl. Jetzt. Nein. Nicht befestigen. Komm. Jetzt ziehen wir das hier hoch. Drehen nochmal. Ach, komm schon. Nur drehen wollt ihr nicht. vor vorne gehen. Komm schon. Hier hat es doch auch geklappt. Drehen. Und jetzt öffnen wir hier und befestigen. Was denn? Was? Wieso denn? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ach so. Alles klar. Hier befestigen. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Gunicon hat ja mal wieder ein bisschen länger. Schießen. Und. Was denn? Na komm. Wieso? Wieso klappt das denn nichts nicht? Hm? Den können wir also verschieben. Okay. Können wir hier anballern. Und hochziehen. Jawohl. Und jetzt müsste ich doch da das Ding nur noch befestigen können. Das geht jetzt natürlich nicht. Okay. Ich dachte, Gunicon hat es gecheckt. Aber. Nö. Nochmal anballern. Hier befestigen. Das kapiere ich nicht. Wenn ich jetzt hier. Hier kann ich nichts anziehen. Nichts. Das geht überhaupt nicht. Ja komm. So klappt das natürlich nicht. Komm schon. Hm. Okay. Freunde und Freundinnen. Es ist mal wieder soweit. Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay. Nochmal. Hier. Alles lösen. Was ist das denn hier? Hier komme ich runter. Okay. Okay. Hier habe ich diese Schleif. Dieses Schleifgerät. oder Motorenelement. Oder was auch immer. Das kann ich hin und her ziehen. Aber nicht. Ich kann es nur hier verschieben. Ich kann es nicht runternehmen. Okay. Also wenn ich hier mal befestige. Hier losschiesse. Ich kann es nur links bewege. Ich drehe hier hoch. Ballere. Dann kann ich doch das aufziehen. Wieso kann ich das jetzt nicht hier anbringen? Komm schon. Das geht nicht. Ich bin aber auch echt bescheuert. Ich bin aber auch echt bescheuert. Manchmal. Entschuldigt, Freunde. Manchmal echt bescheuert. Oh Mann. Freunde. Bitte. Ihr müsst mir manchmal helfen. Das ist... Ja. Okay. Es sieht einfacher aus. Ganz ehrlich. Es ist nicht ganz so einfach, wie es... Na komm schon. Wie es aussieht. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wir sind... Oh, da ist unsere Erinnerung. Komm schon, mein Freund. Komm, gib es uns. Oh, mein Freund. Gib es uns doch. Und hier weiter über die Stromleitung. Na toll. Oh oh. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit. Warten, bis der nächste Blitz entschlägt. Und los geht's. Na komm. Das reicht niemals. Und... Voldi grilliert. Okay. Da oben müssen wir hin. Da oben. Reicht das schon? Oh, das reicht. Jawohl. Alles klar. Jetzt da drüber. Oh. Oh, komm schon. Voldi. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was machen wir denn nun mal? Warten bis der Blitz denn eingeschlagen hat. Jawohl. Und hoch. Und ein Spruch. Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ich bin mir nicht sicher, ob hier... ...die grünen Verbindungsteile auch mit Strom geladen werden. Das weiß ich noch nicht. Aber okay. Was ist das denn jetzt wieder? Mann, Mann, Mann. Also... So schön, dass das Spiel auch ausschaut und ist... Die Steuerung ist echt für... Naja. Ihr wisst schon. Für den Arsch. Na komm. Was denn? Das gibt's doch jetzt nicht. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Das hat funktioniert. Okay. Okay. Hier in der Satellitenschüssel drin. Wir gehen wieder hier nach drüben. Wir schwingen uns so weit wie möglich nach drüber, dass wir nur noch... ...wenn der Blitz eingeschlagen hat. Nur noch laufen und springen. Okay. Grün sind wir sicher. Okay. Jetzt kommen zwei kurze Unterbrüche. Und danach sollten wir gehen können. Jetzt. Komm. Komm schon. Komm, 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 komm. Los geht's. Jawohl. Das haben wir geschafft. Okay. Das selbe Spiel. Einer warten. Und los geht's. Na komm. Das schaffst du. Komm, 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 komm. Jawohl. Das hätten wir geschafft. Okay. Und da oben. Was haben wir da? Ein Kran oder was ist das? Oh, ne Kranschafel, glaube ich. Oh. Oh yeah. Easy Rider. Oh yeah. Oh. Oh, 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 oh. Wo müssen wir hin? Oh, 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 oh. Was ist das denn jetzt? Okay. Das Förderband hier müssen wir nach unten gehen und hochziehen. Jawohl. Puh. Lampe, die schmeißen wir mal runter. Da müssen wir doch bestimmt irgendetwas machen. Oh. Ich seh schon. Oh, ich seh schon. Da möchte ich mich zwingen rein. Nein, nein. Sonst wird wohl hier zu Moose verarbeitet. Im Hintergrund die Steinfabrik oder was ist das für eine Fabrik? Ich weiß es halt nicht genau, aber da brennt noch Licht. Oh, und jetzt kommt wieder ein Teil, den ich nicht zwingend liebe. Da drüben, da haben wir Strom. Da können wir doch nicht durch. Oh, da oben haben wir noch ein... Woher... Oh. Da oben noch ein Geheimnis gefunden. Das müssen wir holen. Das holen wir uns. Freundinnen, Freundinnen, das holen wir uns. Hier hoch, geh hoch. Komm. Komm, geh hoch da. Komm, geh hoch. Komm, geh hoch. Ja, okay. Ähm.